So, hallo, willkommen zurück auf diesem YouTube-Kanal und heute gibt es einen kleinen Zusammenschnitt aus einem besonderen Grund. Wir sind nämlich ganz besonders stolz darauf, dass wir einen kleinen Meilenstein erreicht haben, beziehungsweise einen großen Meilenstein. Und zu diesem feierlichen Anlass gucken wir uns heute jetzt noch ein bisschen die Sachen an, die wir so im letzten Jahr 2023 alle zusammen erlebt haben. Und deshalb taucht gerne ein. Und ja, was habe ich zu sagen? Erstmal herzlichen Dank für die Unterstützung, dass ihr euch die Videos anschaut, für die ganzen Kommentare. Wir wissen es alle mega zu schätzen. Dann natürlich ganz, ganz vielen, vielen Dank an die liebe Gina, die eigentlich alle Videos, fast alle Videos schneidet. Der Leon hat jetzt auch was übernommen, die Michelle unterstützt natürlich auch. Aber Gina, vielen Dank an dich fürs Schneiden der ganzen Videos und natürlich einen Rest. Danke für die Unterstützung bei diesem Kanal. Das ist jetzt die beste Frühjahr von allen Conventionen, wo ich war. Also an der Stelle vielen, vielen Dank für 600 AbonnentInnen. Es ist eine Ehre, dass ihr dabei seid. Natürlich auch alle 599, die vor den 600 dabei waren und alle drei, die jetzt seit den 600 dabei sind. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid und danke, dass ihr uns begleitet. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.